Ja, der war ein Posse. Den auch. Ja, der ladet mich gerade ein. Okay, nimm mir an. Ja, man kann jetzt zu der Truppe halt teleportieren. Aber das machen wir jetzt nicht, da wir halt gerade diese Mission hier machen. Da unten. Komm. Zack. Zack. Ja. Mann, mein Muniz, Junge. Nee. Down. Verdammt. Oh, jeez. Ja. Noch mal Glück gehabt. Ah, da unten ist Muniz, Junge. Wir gehen uns mal Muniz, Junge. Jo. Wieder hoch. Dynamite. so geil ja da sind noch Leute der letzte geschafft ab zum nächsten ja ist nicht so weit hier runter da sind die Herausforderungen ich zeig euch mal Meister Jäger Ehrli Ligi 5 Wapits 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 wir sind schon da Wow die kommen schon ach habe ich davor vergessen die kommen ja aus der Kirche wieder raus weg 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 Boah! Komm schon! Ich bin doch so geil ey, wie die da unten gehen, voll realistisch gemacht Wo sind die Nächsten, im Stall Ich bin so geil Zack. Wir nehmen das Messer. Wurfmesser. Boah, das Messer steckt in seinem Kopf, ey. Komm, die noch hoch. Guck, guck, guck. Bäm. Boah. Zack. Ah, der lebt noch. Ja, jetzt ist er weg. Boah, voll die Beine weggeschossen. Ich weiß, was ist das? Henry? Henri? Da oben ist noch einer. Ah, den treffen wir nicht von mir. Da, da, da ist er. Zack. Da oben. Und der letzte ist noch oben. Wieder ein Messer. Boah. 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 Ab in die Villa. Den Hut weggeschossen. Oder war das die Waffe? Boah. Man kriegt auch extra Punkte, wenn man, äh, den Hut abgeschossen, also wegschießt. Oder die Waffe von seiner Hand. Noch mehr? Ne, alle sind drin. Und? Hahaha. Der letzte ist oben. Wieder ein Messer. Zack. Weiter. Weiter. Ja, jetzt wird nachts. Gerade, im Spiel. Wig. 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 Vielen Dank.